Aufbruchsstimmung bei Nina und Marius. Verzeihung, Aufbruchsstimmung bei Nina, denn Marius lässt sich doch nichts aus der Ruhe bringen. Marius, kannst du dich fertig machen? Kannst du dabei bitte eine Flasche für die Kleine einpacken? Ja, danke schön. Wir müssen ja schon um halb drei bei Bianca und Stifon sein, okay? Ja. Passt. Die Bianca kenne ich durchs Haus Lena und mittlerweile sind wir total gut befreundet und ich gehe sie auch oft besuchen, also auch den Steven natürlich. Die Nina habe ich als gute Freundin sehr gut geworden, also ich habe, sie ist wirklich eine gute Freundin und ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe. Schau, Arz. Bitte. Wirst du die Kleine, dass ich die Wäsche wegräumen kann? Ja, die Wäsche weg. Der Marius, kommst gleich. Ja, ja. Der Nina, dass wir Xbox spielen können. Ja, ja, ja. Schia. Immer die Xbox-Spielerei, doch. Der Marius spielt kaum noch Xbox, außer wenn wir beim Steven sind. Dann spielt der Marius mit dem Steven schon und ich unterhalte mich halt mit der Bianca und wir spielen mit den Kindern. Nein, schatze ich, spielst du mit, oder? Nein, 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 nein. Braucht ihr nicht spielen, wie ich und die Nina, Isabella, die Kleinen gehen dann rein, Mädchen gerade besprechen, dass die Kinder wieder sprechen können. Ja, macht's das. Dann geht's nicht um uns auf den Sack. Und ich spielst du mit dem Xbox. Ich spielst du fast überhaupt nicht mehr. Nur wenn ich beim Steven bin. Dann geben wir uns die Treuen auf der Xbox. Hallo. Servus. Servus. Na, wie geht's? Ich geh bei der Autos an. Ich setze dich kurz auf deinen Xbox. Super. Das geht nicht. Leonie. Nicht viel. Siehst du, ich habe gestraft zwei Kinder jetzt ein paar Mal. Jetzt weiß ich es, wenn wir zufrieden werden. Nein. Oh, was süß. Darf ich vorstellen, Isabella, Leonie, Leonie, Isabella. Ja, die Leonie und Isabella sind zusammen total süß. Es ist echt faszinierend, was die beiden schon können und wie sie sich anschauen. Also, es ist echt schön. Ich bin ja gespannt. Und vielleicht gehen sie in den gleichen Kindergarten oder so. Gut, die wollen in die gleiche Schule. Oh, ich freue mich ja schon. Ja. Also, abnehmen. Ja, wir gehen. Frühstückspringen. Essen machen. Die klassische Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau dürfte sich in diesen vier Wänden absolut durchgesetzt haben. Wiederschauen. Okay, wir gehen jetzt schon. Ja. Gehen wir mal rein. Wir können die zwei spielen und wir gehen. Brav, Mädels. Zuhause bei Steve und Bianca. Während Steve und Marius vor lauter Xbox-Spielen bereits viereckige Augen haben, haben Bianca und Nina nur Augen für ihre Babys. Und wie geht's denn mit der kleinen? Eh gut, eh gut. Bei dir auch. Sie hält sich schon selber, was sie ist. Ja, ich darf ja gar nicht halten. Beginnen sie auch schon zum Zahnen oder so? Ja. Extrem. Ist sie schon ganz weiß? Ja auch. Ja, total. Ich finde die Bianca und mich viel reifer als die Jungs. Ich glaube, das merkt man aber auch, allein schon vom Sprechen her. Geh du Arsch. Schieß. Ja, ja, ja. Schieß. Gibt's ja nicht. Nein. Ja. Ja. Ja, gescheißen. Ja, ja, ja. Fick so. Das ist schon geil. Und wie viel ist das jetzt, Mama? Schon schön, oder? Ja, schon. Anders ist alles. Gern? Ich sehe das Leben komplett anders. Ja, ich auch. Es ist in jedem Stil und so. Es ist einfach... Früher hätte ich nie Zahn geräumt oder so. Ich würde sich mal verweseln lassen. Jetzt da überall, ja, schau das Putzen. Jetzt weiß man, dass man was zu tun hat. Und dass man die Arbeit gerne macht. Ja, einfach. Das Leben sehe ich jetzt da so. Ich habe früher meinen Eltern überhaupt nichts geglaubt, dass die Sachen teuer sind, dass sie dort nichts leisten können. Dort nicht. Man leistet schon, aber es ging nicht wegen dem, weil es zu teuer ist. Und jetzt sehe ich es selber, da tue ich mit der Kleinen. Es ist schon... Ich weiß jetzt, wie das ist. Ich muss die eigene Miete zahlen. Strom, Gas, was auch immer alles. Ich habe die Uhrzahlungen, jetzt verstehe ich auch so meine Eltern. Und ja, ich sehe das jetzt auch komplett anders. Ich tue mehr Sparen, ich schaue auf die Rabatte und nicht mehr so, dort will ich was ausgeben, dort will ich was ausgeben. Das mache ich nicht mehr. Die Kleine ist mir wichtiger. Ja. Also ich sehe das Leben jetzt ein bisschen anders, da ich ja jetzt eine Aufgabe habe, die ich bewältigen muss. Sprich, ich habe jetzt eine Tochter und muss mich um sie kümmern. Und es ist halt jetzt nicht mehr so viel Zeit für andere Sachen, sondern es ist für mich eine neue Herausforderung, um die ich mich aber gerne kümmere und ich weiß, ich habe etwas zu tun. Zurück zu unseren Xbox-Helden. Die haben ihre Controller immer noch fest in der Hand und motivieren sich gegenseitig zu sportlichen Höchstleistungen. Der Wortschatz ist derselbe geblieben. Ich habe das nicht so geblieben. Ich bin ein Arsch. Sieß. Nen du. Wie lange bleibst? Ich glaube, du fangst die Nina ein Befehl. Befehl, Alter. Ist das eine nicht so geworden? Nein. Oh Scheiße. Nein. Mach mir einen Tausch. Hier geht's schon. Wie ist das bei euch mit der Romantik? Also könnt ihr immer noch so ungestört sein? Es geht, es geht. Es geht. Ja. Schwierig, oder? Nein, bei uns auch. Mir fehlt das ehrlich gesagt auch so, ein bisschen mehr Liebe und so. Ja, genau. Ich würde auch gerne, dass das mehr wieder reinkommt, gell? Dass man richtig so bewusst sagt, ich liebe dich oder so, das ist schon schön, gell? Das sage ich eh immer. Ja. Ja. Aber ich würde es gerne öfters hören. Ja, also ich. Ich auch. Wer hat die Hosen an von euch? Ich gebe immer nach. Manchmal. Solltest du nicht machen. Ja, die ist dann wieder angefressen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Super. Wenn wir fortgehen, dann denke ich mal, yeah, allein und fortgehen und dann auf einmal kommt's. Um elf fahren wir aber von da weg, gell? Ah, so ist meine ich auch. Da muss ich immer mit ihr Kevin und streiten und diskutieren. Genau, so ist ja. Es geht mir meistens immer urmarsch. Liebe ist ja schon noch da, aber es ist halt manchmal zu wenig einfach auch noch dazu. Und da einfach durch die Kinder ist halt jetzt alles stressiger geworden. Ja. Und da vergisst man schon halt einmal zu sagen, jetzt wenn ich dich liebe, dich. Oder man vergisst halt einfach drauf nach der Zeit. Und das ist halt oh schade. Die Kinder riecht sich auch überall so auf. Wenn ich zum Beispiel zu einem Freund gehe und soll ihm die Gebüter richten, der riecht sich auch. Das ist super. Sie sagt, ja, du bist der Urgut und ich hab die ganze Sette gelern. Und da sag ich mir, Herr Stepperte. Ich muss hakeln. Das ist nicht leibend dann, die Gebüter neu aufzusetzen und alles neu einzurichten. Letztens sagt sie auch, wir haben so eine Beziehung mit Leibend, da finde ich viel viel Romantik. Ja, und ich habe auch gesagt, ich bin kein Romantiker. Aber man muss ja nicht jede 10 Sekunden sagen, ich hab dich lieb oder so. Und das nicht? Vielleicht sehen sie sich fortgehen, essen gehen, bei Kerzenlicht. Was mir auch fehlt, ist so, ich weiß nicht, mal gemeinsam ins Kino gehen. Ja. Oder dass der Maus jetzt mal sagt, ich lad dich zum Essen ein oder so. Ja, genau. Das ist so cool. Weil das ist halt so ein Beweis, weißt? Einmal kann man es sich leisten. Ich weiß eben nicht, ob es sich dann wieder aufregt oder? Naja, es gibt so viel Käfig oder so was. Naja, Frauen eben. Wann fühlen sie uns nicht aus? Naja. Schnappst du mal? Was? Schnappst du mal die Nina und geh mit ihr essen? Ja, also ich weiß nicht, was die Nina von mir mit Romantik will. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin kein Romantiker. Wie in Meidling gibt Steve dem ideenlosen Marius Nachhilfestunden in Sachen Romantik. Ich habe zum Beispiel auch die Bianca überrascht mit Tattoos von der Kleinen. Die Rechtslinie habe ich eh schon gesehen. Ja, aber die neue. Das Datum? Was heißt das? Elfter, Zwölfter. Römische Zeugen oder was? Ja. Naja. Hat es weh getan? Es geht. Und das ist der Name. Ach du Scheiße. Ich habe mir die Tattoos machen lassen, weil ich einfach ein stolzer Vater bin und das erste Kind ist und damit es jeder sieht. Die Tattoos sind eigentlich eh ganz cool. Wie sie das Tattoo gesehen hat, hat sie gesagt, ah bist du deppert, warum machst du das? Und hat halt herumgeschrien, herumgefragt und ja, das ist, und dann war es halt eh doch stolz darauf, dass sie das gesehen hat und dass sie es mal machen lassen. Der Bianca ihren Namen habe ich mir auch tätowieren lassen. Auch so riesig? Naja riesig ist übertrieben, natürlich als Liebesbeweis. Was machst du, wenn es nicht mehr zusammensetzt? Naja, dann habe ich ja Pech gehabt. Der Steve hat schon gesagt, er möchte nie heiraten. Würdest du den Marius heiraten, wenn er dich fragen würde? Ja, wenn er mich fragen würde, dann würde ich sicher nicht nein sagen. Aber ich glaube, da lassen wir uns noch Zeit. Das hat jetzt keine Eile. Bei uns eigentlich eh auch nicht. Heiraten möchte ich schon. Ist mir wurscht mit wem, aber ich heirate. Oh, weiß. Und dann liegt einer mit dem Blumen so. Das muss schon cool sein, das Blumenmädchen. Die beiden Jungväter Steve und Marius sind immer noch im Xbox-Fieber. Dass Jungs davon nie genug bekommen können, ist ihren Freundinnen Nina und Bianca ein Rätsel. Oh Alter, das ist faul. Na, was macht ihr? Helfer. Ja, hey Alter, da geht mir am Arsch der Steven. Ich muss ja nicht geschissen in den Löwen. Los maß. Wenn du mich immer faulst. Na Alter. Dann dürft ihr nicht spielen. Komm, rennt jetzt ja nicht über den Fernseher. Geht's unten durch. Na, ich geh schon. Das war aber oben drüber, nicht unten durch, gell? Jetzt werden wir dann bald fahren. Ja. Sie ist eh schon müde, gell? Du, ich spiel noch mit dem Steven. Ja. Wir kommen eh fast nie dazu. Na und? Der Stress von Gayli ist, dass sie auf einmal rauskommt und sagt, so, wir gehen jetzt. Und nicht, dass sie sagt, ja, wir gehen in einer halben Stunde. Dass ich mich da vorbereiten kann und kein neues Spiel starte mit dem Steven. Wenn die Nina oder besser gesagt die zwei Mädchen immer raunzen, sie wollen gleich gehen, dann kotzt mich das meistens sehr an. Marius, gehen wir dann später, weil wir müssen ja einen Augenblick für die Schularbeit lernen. Ja, später. So, geht's ja bitte weg. Gehen wir sehen. So, gehen wir mal den Fernseher weg. Sag ich bitte. Ja, wie wir gehen wollten, ähm, war der Marius sehr schroff zu mir. Das fand ich nicht so nett. Ja. Hier eine normale Verabschiedung, aber ich find's ein bisschen, tja, kritisch, wie der Marius mit ihr umgegangen ist. Aber auch der Steven genauso mit mir. Ich weiß nicht, was die haben, die zwei. Immer, das ist jedes Mal fast nach dem Spiel sind sie. Marius, fahren wir heim, weil wir müssen noch lernen. Ja. Ja? Nein. Außerdem die Kleine ist müde. Genau. Jetzt, ich muss heimfahren. Heim ist Spaß. Und wir müssen noch einkaufen gehen. Ich bin mitgegangen, weil die Nina sonst wieder angefressen ist. Was meistens der Fall ist. So ziemlich. Und weil ich Streit vermeiden möchte. Weil sonst regt sie sich wieder auf und sagt, ja, wir streiten nur mehr. Aber das ist ein totaler Blödsinn, was sie meistens mal redet. Na ja, jetzt stehst du da und greifst nicht weiter. Was weiß ich nicht? Steven, gell? War unnett bei euch zu sein und nichts von mir kommen wir wieder, gell? Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss, baba. Bis zum nächsten Mal für zwei Stunden. Bis zum nächsten Mal.